Hallo Leute, heute in den täglichen Herausforderungen sind unter anderem Streifen-Skunks gefragt. Und zwar soll man gleich zwei davon töten und zum Glück kann ich euch sagen, sind sie auch fast immer paarweise unterwegs. Deswegen dürfte es kein Problem sein, wenn ihr Streifen-Skunks findet. Ich habe euch drei Location rausgesucht, zwei davon sind bei Blackwater und das ist hier die erste. Das ist eigentlich diese Puma-Location bei Blackwater und ich muss euch sagen, ich habe heute keine Streifen-Skunks dort gefunden. Ich war nämlich am Tage dort. Ich hatte nicht das Glück. Ich würde euch dringend raten, das Ganze nachts zu machen, wenn ihr Streifen-Skunks erlegen wollt. Ich habe dafür zwei Puma innerhalb von zehn Minuten heute erlegt auf der Suche nach Streifen-Skunks. Das ist hier die erste Location. Da, wo eigentlich der Puma sein soll, sind auch die Streifen-Skunks. Ich wünsche euch viel Glück bei dieser Location. Macht es nachts. Das ist die zweite Location. Da reitet ihr einfach aus Blackwater raus und dann bei dieser Gabelung, bei diesem Dreieck auf der Karte, haltet euch links. Dann sind dort diese markanten Steine und da sind mir schon Streifen-Skunks begegnet. Das sind jetzt alles heute Archivaufnahmen, weil ich manchmal einfach nicht das Glück habe und auch nicht die Zeit, zehn Jahre nach Streifen-Skunks zu suchen. Man sollte vielleicht nicht auf andere Mitspieler anlegen, wenn man beim Jagen ist. Das könnten sie falsch verstehen. Und der Kollege hat das hier wohl falsch verstanden und der hat mir dann einen schönen Kopfschuss gegeben, weil er dachte, sie sieht jetzt mit einem Kopfschuss oder Loch im Kopf besser aus. So, das hat er halt gemacht, der Kevin. Und das ist diese Location. Dort könnt ihr es versuchen. Das sind die zwei Blackwater Location gewesen. Dann habe ich euch noch eine Location beim Twin Stack Pass rausgesucht. Und zwar ist das da zwischen dem Twin Stack Pass und dieser Ziegenhirtenhütte. Die sitzt hier auf der Karte jetzt, wo das Fahnenkreuz ist. Da ist die Ziegenhirtenhütte und da könnt ihr es auch versuchen. Da sind nachts, wie gesagt, Streifen-Skunks. Das ist wirklich ein schwieriges Wort. Streifen-Skunks unterwegs. Also, viel Glück. Ciao.